Was ist das Eosinophilie-Myalgie-Syndrom? Eosinophilie-Myalgie-Syndrom ist ein ungewöhnlicher Zustand, der erstmals um 1989 erkannt wurde. Es wird angenommen, dass dieser unheilbare und gelegentlich tödliche Zustand durch die Einnahme eines verdorbenen medizinischen Zusatzes namens L-Tryptophan verursacht wurde. Es zeichnet sich durch grippeähnliche Symptome aus, zu den Muskelkrämpfe und Schmerzen, Fieber und Müdigkeit sowie Schütteln, Ödämme, Haarausfall und eine hohe Eosinophilie zählen können. In den frühen Stadien des Eosinophilie-Myalgie-Syndroms treten bei vielen Patienten eine Vielzahl von Symptomen auf. Die häufigsten Symptome sind muskelbedingte Beschwerden wie anhaltende Schmerzen, Krämpfe und wiederholte Kontraktionen oder Wackelbewegungen. Patienten können auch grippeähnliche Symptome wie Husten, Fieber oder Müdigkeit sowie Hautbeschwerden wie Hautausschläge oder Juckreiz bemerken. Diese anfängliche Periode kann Wochen bis Monate dauern und wird von einer chronischen Phase gefolgt. Nachdem die anfängliche Periode des Eosinophilie-Myalgie-Syndroms beendet ist, beginnen die dauerhafteren Komplikationen. Einige der häufigsten Komplikationen sind neurokognitive Dysfunktionen wie der Verlust des Kurzzeitgedächtnisses, Kommunikationsschwierigkeiten und Konzentrationsstörungen. Andere Komplikationen können Erkrankungen des Herzens oder der Leber, chronische Schmerzen oder Müdigkeit, Depressionen oder Schlafstörungen sein. Das Eosinophilie-Myalgie-Syndrom soll durch ein Supplement namens L-Tryptophan hervorgerufen worden sein, eine essentielle Säure, die in pflanzlichen und tierischen Quellen vorkommt. Diese Aminosäure wird seit langem in einer Reihe von Ergänzungsmitteln zur Behandlung von Depressionen, Schlaflosigkeit und Premenströlen-Syndrom eingesetzt. In den späten 80er Jahren wird berichtet, dass ein japanisches Unternehmen, das mit der Herstellung dieser Ergänzungen begonnen hatte, Kargen freigesetzt hatte, die entweder schlecht hergestellt wurden oder genetisch veränderte Bakterien enthielten, die bei den Konsumenten das Eosinophilie-Myalgie-Syndrom verursachten. Obwohl bekannt war, dass viele Menschen, die an dieser Erkrankung litten, L-Tryptophan eingenommen haben, wurden nie spezifische Bakterien identifiziert. Das Eosinophilie-Myalgie-Syndrom soll nach seiner ersten Anerkennung um 1989 zu einer landesweiten Epidemie in den Vereinigten Staaten geworden sein. Allein in den Vereinigten Staaten wurden etwa 1 500 Fälle gemeldet, von denen 30 zum Tod führten. Fälle wurden auch in Großbritannien, Deutschland und Kanada gemeldet. Nach dem ersten Ausbruch begann die Food-and-Drück-Administration, alle Supplements, die L-Tryptophan enthielten, aus einem Guss zurückzuziehen. Obwohl die Anzahl der gemeldeten Fälle seit diesem Rückruf zurückgegangen ist, glauben viele immer noch, dass es nicht genügend Beweise gibt, um zu beweisen, dass die spezifischen L-Tryptophan-Ergänzungen für die 1989-Epidemie verantwortlich gemacht wurden.